Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 5 Auftrag. Triff ein Gegner zweimal mit der Ranger-Schrobflinte ohne Schaden zu erleiden. Ich empfehle euch, macht das Ganze bei der Schlacht. So, die Schlacht wäre jetzt hier in meinem Fall bei Conny Crossroads. Dort bewegen wir uns dann erstmal hin. Dann besorgen wir uns hier erstmal eine Ranger-Schrobflinte. Keine Angst, ihr dürft Schaden bekommen. Nur halt nicht von dem Gegner, dem ihr die zwei Schüsse geben wollt. So, ja und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!